Es gab zahlreiche Rezeptideen, Tipps und Tricks zu den eingelegten roten Zwiebeln. Einige eurer Ideen habe ich ausprobiert und ich zeige euch im Schnelldurchlauf, welche das waren und wie es geschmeckt hat. Zuerst habe ich die Zwiebeln in Streifen geschnitten und in ein Glas gefüllt. Der häufigste und einfachste Tipp war, einfach das Wasser aus einem Gewürzgurkenglas zu nutzen. Dann habe ich hier noch zwei weitere Gläser mit komplett identischen Zutaten. Diese sind zwei Teelöffel Salz, ein Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Senfkörner, ein Teelöffel Pfefferkörner, ein Lorbeerblatt. Dann gießt ihr das Ganze zur Hälfte mit Essig und zur Hälfte mit Wasser auf. Die gleichen Zutaten einmal zum Kochen bringen und heiß in das Glas abfüllen. Das Lorbeerblatt nehmt ihr vorher raus, beide verschließen und beschriften, damit wir hinterher genau wissen, wo wir was reingemacht haben. Noch einmal die gleichen Zutaten habe ich zum Kochen gebracht. Diesmal würfel ich die Zwiebeln aber und gebe sie in den Topf mit hinein und lasse sie nochmal für zwei Minuten aufkochen und fülle sie dann erst in das Glas hinein. So und nun die gleiche Variante mit Zitrone statt Essig. Dazu nehme ich Wasser und drei Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Salz und eine Zitrone. Ich schneide mir drei Scheiben aus der Zitrone heraus, den Rest der Zitrone presse ich direkt in das Wasser hinein und gebe die drei Scheiben auch mit in den Topf. Nun bringe ich das Ganze zum Kochen und schmeiße die Zwiebelwürfel dann mit in das Wasser und lasse sie auch nochmal zwei Minuten mit aufkochen. Bei dieser Variante habe ich eineinhalb Gläser gewonnen und in das halbe Glas habe ich noch die drei Zitronenscheiben mit reingeschmissen. Ich kann euch sagen, wie es mir geschmeckt hat. Es gibt bestimmt einige Leute unter euch, die da anderer Meinung sind. Angefangen bei der Variante mit dem Gurkenwasser. Es hat einfach geschmeckt wie rohe Zwiebeln mit Gurkenwasser. Auch nach einer Woche gleicher Geschmack und nach zwei Wochen war das Glas sichtbar verdorben. Bei der zweiten Variante habe ich das Ganze einmal kalt und einmal mit aufgekochter Flüssigkeit gemacht. Beide haben auch nach einer Woche relativ roh geschmeckt und waren ungefähr zwei Wochen haltbar. Und die beste Variante fand ich war immer dann, wenn ich die Zwiebeln mit kochen lassen habe. Dann haben die wirklich nach drei bis vier Stunden schon richtig gut geschmeckt und waren auch richtig lange haltbar. Oder sind es halt heute noch vier Wochen nach dem Kochen. Allerdings die Variante mit Zitrone war nicht ganz so mein Fall. Andererseits zwei meiner Freundinnen und auch meine Mutter fanden das total lecker. Auch die Variante, in der ich die Zitronenscheiben direkt ins Glas gelegt habe, die hatte noch so einen leicht bitteren Nachgeschmack. Das fanden die auch super. Also probiert es einfach aus. Geschmäcker sind verschieden. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet und welche Varianten ihr gerne mögt.